Hallo aus Nancy, wir sind hier heute ganz spontan für einen Kurztrip. Gestern Abend um 19 Uhr geplant, bis 3 Uhr noch gefeiert, um 5 Uhr aufgestanden und dann direkt hierher gefahren. Ich bin auf jeden Fall auch immer Fan von solchen Kurztrips. Einfach spontan, kaum planen, in die Stadt fahren und abends wieder heim. Ich zeige euch jetzt mal den Place Danislas. Ist auf jeden Fall auch in die Liste der Weltkulturerbe aufgenommen worden. Ich würde sagen, sowas wie das Wahrzeichen von Nancy. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Für alle, die jetzt Nancy noch gar nicht kennen, also die Stadt liegt im Nordosten von Frankreich. Ja, vor allem bekannt ist die Stadt durch die Jugendstilarchitektur oder auch Spätbarock. Also das sieht man hier wirklich überall. Ich muss auch sagen, ich bin auf Nancy bisher noch nicht aufmerksam geworden. Das entstanden durch Freunde von mir, die hier heute geschäftlich unterwegs sind. Ja, und während die jetzt noch in einem Museum sind, worauf ich irgendwie keine Lust hatte, laufe ich jetzt einfach hier ein bisschen durch den Park, schaue mir noch ein bisschen die Stadt an. Irgendwie kann man immer die Zeit vertreiben. Und dann geht's in einem Museum. Bis zum nächsten Mal.